Willkommen zurück zu Wolfenstein Youngblatt mit dem Quincy 6 8 6 0 Hallo Freunde Und mir wie Raxo LP, Hallöchen, Hallööchen Ja wir sollen jetzt erstmal zu Anäse zurück, das ist Klo, Klo, Klo Ich muss erstmal eine Ansage machen Eine Entschuldigungsansage Leute ich mach heute mal ohne Fazitcam Aufnahme Ich hab Spätschicht gehabt und ich seh total, wie soll ich sagen, Merde aus Verwuschelt, sein Haar also Mein Haar ist so verwuschelt und deswegen kann ich heute nur ohne Fazitcam Ich hoffe ihr verzeiht mir dieses Also ich wäre da, ich wäre da unverzeihlich Das ist unverzeihlich, sofort der Abo und de-Install Ach hier ist übrigens noch eine maximale Leben erreicht So eine doppelte Lebenkiste So wo ist ein Anäse? Hi Ananäse? Abby Abby, so Abby wollte ich aber nicht Klar Den Ventilator Ja, ja, ja Ach, sagst du, den Laptop Ventilator Ja, mein Laptop Ventilator Ich hab da von unten einen und von vorne und von oben und von dem Schuss Oh, hier ist eine 3D-Brille hier oben Auch noch einen Zettel hier hinten bei den Spinden Das ist das Schlimm, das Spiel ist schlimm, ey Ja, es braucht einfach irgendwas Hallo Ja, hallo Äh, wo? Auf dem Schädel, ne? Ja, hier, jawohl Ne, den hatte ich schon Den hatte ich noch nicht So, äh, und zwar ist sie hier noch irgendwo Äh, wo waren jetzt die Spinde? Jetzt rennen wir hier wieder nur durch die, durch die Katakombe Das wollten wir noch nicht Ich weiß Hier, 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 hier Hier ist noch ein Zettel Falls sie den noch nicht hast Da, jawoll Ja, jawoll Da ist sie Und jetzt lass mich in Ruhe Der, der, der hing hier Hier so Hier, hier, an dieser Alles da Gut Jeder quatscht einen hier an Man Was, Novell? Keine Neuigkeiten? Was, Novell? Wo ist meine Schwesterchen? Hier, bei Anese Ananese war da Ich quatsch lieber an, ne? Ihr zwei Super Mädels Was? Du hättest in die Waffe ins Nasenloch Echt? Schaut bei ihm an der Schießanlage vorbei, okay? Hallo Hallihallo Wir sollen jetzt schießen gehen, wa? Okay Fähigkeitspunkt, 2% dauerhafter Schaden Das ist sehr gut Dritte Fähigkeitsstufe erreicht Ich auch Äh, ich bin hier links abgebogen Alles klar Irgendwie Waffenmeister Wo ist denn hier die Waffengammer? Hier ist Essen und Trinken Hier, da war so eine Warte mal Hier Hier, hier, hier Hier Ah ja Hier 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 ist so eine Flimpe drauf Ja, ja, das sehe ich Deswegen habe ich ja gerade nach Essen und Trinken Ach, hier ist es war Der Quatsch muss ich dir Wobei, was hat mit deinem Fuß gemacht? Mach den Meister Hm Das muss mir mal zeigen, wie es schafft, mit deinem großen Seen in deine Nase zu kommen So Dann, äh Oh Tatsächlich, wir sollen das ja jetzt schießen Gut, dann, äh Schießen wir Äh Mit welcher Waffe? Nimm ich mal die Äh Müssen wir doch irgendwo starten oder Können wir einfach drauf los? Ja eben, das meine ich nämlich Die Munition klingen wir aber doch wieder, oder was? Das wäre schön Ja, ja, doch Hier sind ja über Munitions Ja, hier ist Munition Du musst doch hier erst ein Starkknopf irgendwie Mit Zeit Äh, ich glaube nicht Ich glaube, ich glaube Das war bei Wolfenstein davor Äh Bonjour Hey Bonjour Colossus Äh, nee, finde ich nicht Sehe ich nicht Gut, was sollen wir jetzt mal hier drauf schießen? Ich glaube ja Aha Ich blockte einfach wieder auf Gibt's dafür aber weser, punkte? Das ist ja schön Ich habe sie alle weggehauen Das ist gut Ich habe gewonnen Irgendwie gibt's dafür gar keine punkte, kann das sein Ich krieg hier fast nichts Ich weiß auch nicht warum Die dauten, die steht dann ja auch Bei mir auch Das doof Ja, deswegen wollte ich auch keine Zeit abtüddeln kannst Das habe ich jetzt Bei dem anderen weiß ja, dass er so ein So ein Dings gehabt Hier so ein Parcours Die mussten durchlaufen Und dann war es Juden Ja, genau, genau Das scheint hier aber nicht so zu sein Gerade gerade Warte mal, was ist das hier? Handgranaten, alles da Eine Wieso nur eine? Ich habe zwei gewissen 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 Gewissen? Gewissen Ach, hier war doch noch was Hier war doch noch was Hier war doch noch was Gesundheit auch so Ja, Gesundheit übrigens Was? Ich kann nicht, oder? Auf Ich habe mich gerade gestoßen Äh, okay, gut Äh, ja, dann Dann ist das ja doof Das ist ja Das Spiel ist cool, aber Die Waffen Dingsbums hier Die ist müh Widerstand Genau wie ihr Weiß man, wenn man drei Handgranaten wirft Dann hat man nur noch eine Dann, das ist ja nicht so schön Da gibt es hier bestimmt noch On was Aber, aber irgendwo Ich erinnere mich, aber Aber Ist das keine mehr, ne? Nö Muss nur voll Muss nur voll Alles wohl Ja, gut, dann Machen wir wohl Mal den nächsten Auftrag Ich gucke mal rein Was soll so schönes haben? Komme ich noch mal hin Schott Mitjahrt sammelbares Nein Eine Granate Oder? Ach nee, hier Äh, was wollen wir denn machen? Äh, Außenposten? Dimitris? Besorgt? Ach nee, aber wir haben Wir haben wir noch nicht Wir müssen ja Wir müssen ja Wir können ja dahin Was wir schon kennen Betritt die Kanalisation Chemische Kriegsführung Da wollen wir doch erst Na eben Dann noch mal in die Kanäle Ich weiß nicht mehr Wie es aussieht Nee, oh, kein Ding Ich bin bereit Ich bin bereit Okay Ähm, wo ist die Mappe? Ähm Ich arbeitete In der Werkschaft meines Vaters Da ist Ausgang Die geht zum alkoholischen Ah, hier Alles klar So Wo bist du? Äh, unten beim Boot Ich seh's gerade Kater kommt Nein, da sind wir Ach so, weil du verfügbar bist Sieges Boulevard Oh, der Sieges Boulevard Budapier Dreiviertel Nord Nein, 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 nein Oder? Ist das gestohlen? Kriegen wir das noch? Auf die Reihe, dass wir da Oder waren wir da jetzt schon mal? Da waren wir glaube ich noch nicht, oder? Weiß ich nicht Das ist jetzt beim Budapier Drei Aber ich guck mal Wir gucken mal Okay Das ist jetzt mal ganz heimlich einen Schluck Kaffee trinken Man hört's ja nicht Nein Du, ich hab übrigens gerade eine Anfrage gestellt zum Reisen Magst du mal mich anehen? Ah Dies ist der Sieges Boulevard Danke Der von General Lothar Brandt aus Hämel so benannt wurde Nachdem er vor vier Jahren an dieser Stelle einen Aufstand niederschlug Von damals hat Jacques seine Narben und viele tapfere Widerstandskämpfer verloren ihr Leben Jetzt ist der Boulevard ein kalter, toter Ort aus Stahl und Beton Also, viel Glück Mädels Dankeschön Vielen, vielen Also, ne Wenn wir nicht wissen, dass ihr alle viel zu doof und zu beigeseit Dann, äh Das sag ich dir So, welche Waffen hier mehr jetzt? Mal gucken Jetzt scheint mir Warte mal, hier ist noch Jetzt muss ich das nochmal husten Ach, mal Zwei Handzernachten liegen Lagen hier Ja, ich hab jetzt Ja, jetzt hab ich sie voll Ich hab hier eine gehabt Hier irgendwo Ach, hier unten ist der Mieter Ach, da ist der Mieter Sag mal, wie sieht das überhaupt aus, hm? Was bildt Automat Was liegen da drin? Koffer Das stehe ich auch hier nicht Ich hab ihn echt hier, ne? Cool Ach, hier, guck mal Abby wird auch gesucht Was ist sie? Sie ist auch was 18 Aber sie ist ja eher Hager Das wollte ich gerade sagen Aber hübsch Mhm Mhm Amerikanische Amerikanerin Ja, 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 ja Bla, bla, bla Verstoß, bla, bla Alles gut, alles gut Achso, ich mach mal Lampen aus Wieso habt ihr die Straße? Warte, der ist ja schon wieder da oben So Warte, du wären der Aufstelle nicht hier Warte, ich hab doch noch eine geile Flitte Wie meine Das sind neue Soldaten Warte, warte, ich muss es mal abscannen Da, ich sehe schon Ich hab da so ein Röntgen-Laser Ja, ja Die Mucke ist auch laut, ne? Obwohl, ne, geht Bei mir Die Spannungsmucke gerade Ich hab sie ein bisschen leiser gestellt Okay, sie ist ein bisschen dominant, aber Okay, hinter uns ist nur einfach Wand Die ist sehr dominant 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 sind gut Wo sind sie denn jetzt? Was dreht man sich einmal um? Schon sind die Soldaten Hahaha Harten weg Jetzt hat er mich gesehen Jetzt sieht er nichts mehr Oh Gott, ein Laserhund Bin mal weg Hahaha Warte mal Meine andere Flinte aus Und die Arte Yeah Kommt da plötzlich ein Laserhund entgegengeschossen Alter Natürlich Na klar Das ich ja Na Sigi Natürlich Wenn du gesund hast, sagst du Bescheid, ja? Was? Wenn du gesund hast, sagst du Bescheid Ja, kaufe ich Ich muss erst mal gerade gucken hier nach dem Leben Erst mal wieder das Spiel Warte Ja So jetzt geht weiter Hier Oh, eine Spannung Ach mal, die versenken uns ja ganz schön die Oder mein Schild ist weg Hast du noch Gesundheit? Ja Hast du noch Gesundheit oder brauchst du? Ja, alles gut, mir geht's gut Wir sind dann natürlich schon Alles da, weil bei dir wird mir nur ein Heldsbalken ganz niedrig an der Zeit Was? Ja, ich glaube es ist Ich habe in sein Auge geblieben Jetzt hat er kein Auge mehr Das ist gut Das ist super Ja, war da so ein Laserhund angeschossen Alter, warum? Der trotzt nicht mehr dauernd Ach du Du willst das Du willst was von mir, ja? Ein zartes, armes Mädchen vomeinander Hör mal Ja, 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 ja Immer gut Sehr schön, danke schön Natürlich, ein Laserregime-Soldat 3 Na klar doch Also hier ist glaube ich vielleicht nicht unbedingt so ein guter Spot, oder? Hier unten sind wir hier Oder sind wir hier einigermaßen Hier unten kommt keiner runter Ja, ich weiß aber Du änderst Ja genau In liegen Liegen und tot Das ist immer gut Äh, ich bin Jess Achso Weiß es doch Achso Beruhigt mich doch Ich bin das doch Genau Du bist besorgen Ich hab mal da was geschmissen Ja Das wird sich Das lohnen Oh, 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 oh Großflittenhainz Keine Munition mehr Verlade nach Hä? Natürlich noch so ein Lasersoldat So ein Laserhändchen Äh, rechtzeitig Ich wechsle meine Position Da Ziel ist markiert Mir geht's gar nicht gut Ja, ich habe gerade eben eigentlich schon was geschickt Aber ich habe gerade, ich kann das nicht Weil ich nicht aufgeladen bin Das ist gut, das ist sehr gut Liebe Zuschauer, falls ihr euch wundert, warum hier nichts mehr angezeigt wird Ich habe die Untertitel ausgeschaltet Nur so zwischendurch Falls kein Spannung Das ist das Kernige Ja, 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 ja Wo ist denn der, der ist hier oben, ne? Der ist da, ja Der kippt gleich um, jetzt ist er oben gekippt So Bitte, Schwester Ja, ja, ja Ich habe geteilt und du hast dich bedankt Oh, 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 oh Du hast keine Motivation gebraucht Genau Was? Ich komme Hilfe Hilfe Ich hoffe, ich habe dich wiederbeleben können Ich komme mal ein bisschen weiter, ein bisschen weiter runtergeschlagen Ne, warte mal Ich bin ja noch Ich bin noch ganz Ich bin noch ganz Puh, das war knapp So Alter, ich bin übrigens gerade verwundet Lass uns mal hinten ums Eck gehen Ich kriege da mal rum Alles da Oh ja, das Aber bitte nicht mal so ein Schlüpfergummi Das zieht sich sonst so in die Ritze rein Jäger Da oben haben wir einen Jäger Der ist ziemlich gut gepanzert Und sehr gut bewaffnet Alter, warum? Warte, ich habe meine Waffe wieder Man nimmt es stimmte Ja, der hat dann Wo die Gegner alle sind Ja, ja, ja Hier unten wieder kommt wieder einer hoch Hier eine Seite rechts Jetzt kommt der Jetzt kommt zwei Ich habe ihn bei mir auch rund können Weiß ich nicht Irgendeins Jetzt Das ist schrott mit der Heinz Was? Das ist schrott mit der Heinz Der schrott mit der Heinz ist hin Was? Der schrott mit der Heinz ist hin Hier rechts an der Seite Ja, aber hier links ist ein Jäger Auf den Jäger müssen wir ein bisschen achten Gut, alles da Auf mir geht es gar nicht gut, glaube ich gerade besser Ich habe nur noch sechs Gesundheit Oder dann ganz schnell runter Obwohl ich ja gerade den Boost gegeben habe Wow Das ist, äh, hui Ich muss erstmal wieder hoch hier Ja Ach hier, jetzt kommen sie doch schon hier runter Ah, der Jäger ist empfindlich gegen Schrot, das ist gut Weil die Jäger sind, sind extrem empfindlich gegen Stroh, äh, gegen Stroh, gegen Schrot, habe ich das Gefühl Ach, natürlich, der hat ja auch kurze Panzerung Dafür kann man ganz gut die kurze Munition dann auch nutzen Verstanden So, Jäger ist hin Der Meister ist auch hin Sammeln wir erstmal ein bisschen ein So Na wo denn Warte Hier Markiert Jo, sehr schön Macht ja nix Alles gut Achso, wo, achso Hier ist eine Kiste Ja Ist mir jetzt ein Staub drin Ich muss gerade husten Guck mal, kennst du die Motorräder noch aus dem vorhergehenden Wolfenstein? Ja, die sind geil Die sind geil Wo unser Papi doch mit damit Jetzt müssen wir noch fahren, ne? Ne, äh, unser Papi ist da Oder sind wir auch da mitfahren? Ja, so war das Papi ist da mit auf jeden Fall gefahren Durch die Wüste Schild, Rüstung Oh, ich wollte noch keine so weit rein Schild, Rüstung Rüstung ist voll Ja, so einsammeln Wieso ist meine Rüstung schon wieder voll? Hä? Oh Oh, ich wollte eigentlich nicht die Treppen Ich bin durch die Mappe gefallen, Alter Warum? Doch Was heißt durch die Mappe? Du warst komplett weg, hier raus Ja, ich bin gerade rausgefallen Hier liegen noch Silbermünze Das ist aber ein Witz Oder was? Wie geht das denn? Ich habe keine Ahnung, wie das geht Ja, ich habe, äh, acht Charakterfähigkeiten Und 43 Waffenvermessungen Hör zu Ein hochrangiger Wissgeschäft Das ist gerade ganz in eurer Nase Da gibt es aber scheinbar keinen Boden Ja, ich bin durch die Mappe, wie gesagt, gefallen Also wenn du die Leiter wieder runtergehst Dann ist da ein Loch Ein großes, unendes Loch Doch, ich muss leider Ich muss leider Kann man nicht irgendwie sich wieder zurücksetzen? Das wäre schön Was, hier? Tunnel, oder was? Ja, warte mal Ich habe komisch, aber meine Konsole Ich versuche mal was Vielleicht Vielleicht Ein Stück Anstag Vielleicht klappt das hier auch Äh, Anonkommand Respawn Anonkommand Alles klar Dann, äh, ja gut Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll Äh, keine Ahnung Dann muss hier wohl die Folge erstmal enden Weil ich, ich falle ununterbrochen weiter Äh, nee Sorry Vielleicht müssen wir sie sogar wiederholen Kann sein Müssen wir mal sehen Also Leute Tut mir leid Aber das lag jetzt nicht am Bier Also bis zur nächsten Folge Tschüss 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 Vielen Dank.